Gott sei Dank, das hätten wir geschafft. Aber der Herr Vogts wird sich jetzt denken. Ach, Quatsch, da sind so viele Leute, das merkt man gar nicht. Ach so, Sie haben einen Wagen dabei. Wo ist er denn? Hier, das ist meiner. Ich fahr vor, ne? Wohin fahren wir denn? Überraschung. Ich fahr hin, na? Hunger. 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 ihi. Hunger. Safety. Hunger. 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 Was ist denn passiert? Ich weiß es doch nicht. Das Blatt, der da am rechten Vorderreif. Ziemlich üble Sache. Wann haben Sie zum letzten Mal an der Werkstatt gehalten? Mit der Werkstatt hat das nichts zu tun. Was wollen Sie damit sagen? Nichts. Nur, dass das nicht die Werkstatt war. Das hat jemand anders getan. Was Sie da andeuten, ist ja unberührlich. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann haben Sie den Verdacht, dass jemand hätte absichtlich etwas an Ihren Rädern manipuliert. Das wäre ja Mordversöhn. Ja. Sorry. Ja, aber... Sie, das ist eine lange Geschichte. Kommen Sie. Jetzt gehen wir erst mal essen. Ich kann doch jetzt nicht essen. Und vielleicht gelingt es mir, Sie wieder auf andere Gedanken zu bringen.